Guten Tag meine lieben Leute auf YouTube und was weiß ich, ähm, ich bin der Tim und ich mache heute, wie gestern in der Beschreibung eingesagt, mein Infovideo und ich mache heute einfach mal an, ich bin der Tim, äh, bin 15 Jahre alt, äh, auf einem Account bin ich eigentlich mitgekommen bei der liebe Nico, der diesen Account führt, äh, mein Kastkamerad ist, ähm, habe dann mit ihm 1, 2 und 3 gespielt und habe uns dazu entschlossen, diesen Account zusammenzumachen, und, ja, so ist es eigentlich dazu gekommen, zu den Videos, die ich ab jetzt machen werde, äh, gehören GTA, Fallout 4 und B3, äh, andere Videos werden vielleicht noch folgen, weiß ich noch nicht, äh, hauptsächlich wird das B3 sein, äh, meist alle zwei Tage, manchmal auch jeden Tag, das muss ich noch sehen, äh, die Downloadzeit, da ich jetzt, äh, nächste Woche, also diese Woche Montag, das Praktikum geht, wird so um 5 bis 6 Uhr irgendwann sein, äh, so um den Dreh, auch wenn ich wieder zur Schule gehe, und, ja, was ich da machen werde, also ich werde im GTA hauptsächlich, wie ihr jetzt hier seht, äh, die neuen Fahrzeuge vorstellen, an Valentinstag kommt ein neues Update raus, was darin enthalten ist, weiß ich nicht, muss ich mich selbst davon überraschen, äh, ich kann mir jedes Fahrzeug der DLC-Reihe kaufen, da ich auf dem PS3-Modder hatte, von dem ich 500 Millionen bekam, davon hatte ich aber einen sehr großen Teil schon ausgegeben, habe dann jetzt noch 18 Millionen, habe, äh, ich bin der, ich bin der, ich bin der 13, habe, äh, 30 Autos, 3 Garagen, ja, 3 Garagen, eine 10 Millionen Jahr, und, ja, im nächsten Video werde ich dann diese beiden Autos hier noch einmal tune, also ihn werde ich komplett zurücksetzen und noch mal tune, und den Benji werde ich tune, ähm, dann werde ich wahrscheinlich, äh, Deathmatches, also in offener Welten machen, in GTA, und, ja, Bio 3 werde ich durchgehend nur mit Nico aufnehmen, es sei denn, es, äh, bietet sich nicht mit ihm aufzunehmen, Fallout 4 werde ich wahrscheinlich erst nach dem Praktikum aufnehmen können, und, ja, das war's insoweit für dieses Video, wenn es euch gefällt, oder wenn ihr weitere Fragen habt, äh, wird es in die Kommentare schreiben, wenn es euch gefällt, würde ein Like da lassen, wenn ich das sehe, und, ja, bis dann. Ich werde dann heute wahrscheinlich noch ein GTA Video hochladen, und, das war's dann, bis dann.